Wo findet man noch tiefgrüne Wälder? Wo erfreuen sanfte Hügel? Weite Täler und Wiesen, Herz und Seele? Hier, im Herzen des Schwarzwaldes. Hier kann man mit allen Sinnen genießen, denn hier gibt die Natur ihr Bestes. Für ganz besondere Spezialitäten, die Schinkenspezialitäten von Wein. Einzigartig im Geschmack, zart und herzhaft gut. Für einen Genuss ohne Reue, mit vielen B-Vitaminen, reichlich Mineralstoffen und hochwertigem Eiweiß. Schwarzwälder Schinken ist in dieser Region zu Hause. Und auch die Familie Wein hat hier ihre Wurzeln. Mit Hermann Wein und Paul Wittner hat alles angefangen. Nach alten Familienrezepten reifen die Schinken insgesamt zwölf Wochen. Mittlerweile unter der Leitung von Hermann Hofer und Eberhard Kappler wird das Familienunternehmen mit viel Engagement und Liebe zur Tradition weitergeführt. Das beginnt schon beim Wareneingang. Langfristige Verträge mit zertifizierten Fleischlieferanten, die nach International Food Standard und dem Prüfsystem für Lebensmittel, QS, ausgezeichnet sind, garantieren die Premiumqualität unserer Produkte. Der strengen Qualitätskontrolle entgeht nichts. Temperatur und pH-Werten müssen perfekt sein. Ebenso der allgemeine Hygienezustand und der frische Status. Die Chargennummer kann jetzt vergeben werden und garantiert lückenlose Nachvollziehbarkeit der Qualität. Jetzt zeigt sich die Kunst des Fleischerhandwerks. Unsere Spezialisten bringen das Fleisch gekonnt in Bestform. Verschiedene Teilstücke sind das Ergebnis. Ob Schinken mit oder ohne Oberschale, Kernstück, Unterschale, Hüfte oder Nuss – alles wird präzise zugeschnitten. Im Rezept liegt die milde, unnachahmliche Würze. Die Salzmischung mit natürlichen Gewürzen bleibt Familiengeheimnis und wird von Generation zu Generation überliefert. Unsere Pökelmeister reiben jeden einzelnen Schinken von Hand ein. Eine Tätigkeit, die viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung erfordert. In der folgenden Aromaphase bekommt der Schinken durch das Pökeln seine appetitliche rote Farbe. Die Schinken ruhen jetzt 5 Wochen bei 5 Grad und die Gewürzmischung kann ihr mildes Aroma entfalten. Dabei werden sie immer wieder von Hand umgeschichtet, damit die Würzmischung gleichmäßig durch das Fleisch ziehen kann. Dann werden die Schinken nebeneinander an den Räucherwagen gehängt, damit später der würzige Rauch den Schinken überall sanft umspielen kann. Jetzt geht es ins Herzstück der Feinschinkenmanufaktur Wein, in die backsteingemauerte Räucherkammer. Erst hier wird der Schinken zu einer echten Spezialität, eben zu einem Schwarzwälder Schinken von Wein. Traditionell kaltgeräuchert, mit edlen Hölzern aus dem Schwarzwald wie Tanne, Fichte und frischen Lacholderzweigen. Aus Verantwortung für Natur und Umwelt neutralisiert unsere hochmoderne, thermisch-regenerative Rauchgasreinigungsanlage den Räucherrauch zu 100%. Die genaue Dauer und die perfekte Temperaturregelung beim Räuchern ist dabei höchste Handwerkskunst. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, muss die Räucherung ständig unserem speziellen Schwarzwaldklima angepasst werden. Unser Räuchermeister weiß aus langjähriger Erfahrung, wie Schwarzwälder Schinken aussehen muss und hat dies alles unter Kontrolle. Rund drei Wochen bei milden 25 Grad gönnt er unseren Schinken, um sich von dem würzigen Rauch und Duft ganz umhüllen zu lassen. Dann endlich ist das Räucherergebnis perfekt. Jetzt muss er noch sein Reifezeugnis ablegen. Dazu geht er für mindestens drei Wochen in die Reifekammer, wo er an der klaren Schwarzwälder Höhenluft reift. Zu einer Köstlichkeit, die Schinkenkenner lieben. Mildwürzig und zartfein. Ein Premium-Produkt mit IFS, ISO und QS-Zertifizierung, das wir auch im Bio-Standard anbieten. Für gleichbleibend hohe Qualität werden unsere Produkte jährlich von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG mit dem Preis der Besten ausgezeichnet. So aromatisch und herzhaft soll er sein, der Schwarzwälder Schinken von Wein. Die Reifeprüfung ist dabei Chefsache. Genau so lieben ihn Genießer in Deutschland. Und ganz Europa. So viel typische Qualität hat deshalb auch das GGA-Siegel der Europäischen Union verdient. Dieses Siegel für geschützte geografische Angaben bietet unserem Schwarzwälder Schinken EU-weiten Schutz vor Nachahmern. Spitzenqualität, aromageschützt verpackt. Na, haben wir Ihnen Appetit gemacht? Dann besuchen Sie doch gleich anschließend unser Spezialitätengeschäft und nehmen Sie sich ein gutes Stück Weins Schwarzwälder Schinken mit nach Hause. Da schmeckt man den Schwarzwald mit allen Sinnen. Die klare, saubere Luft und die traditionelle Handwerkskunst. So schmeckt eben nur das Original.